Jo Leute und damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop Video. Davor erstmal zwei sehr sehr wichtige Infos, wir sehen auch schon. Es gibt heute auf jeden Fall ein Update um 8 Uhr circa und das ist auf jeden Fall die erste wichtige Info und die zweite sehr sehr coole Info ist, dass es aktuell wieder gratis Gegenstände gibt. Und da sieht man es auch hier schon, die Lama Rama Herausforderungen sind wieder am Start in Rocket League und das hier sind die ganzen Belohnungen, unter anderem auch diese Spitzhacke hier, also wirklich sehr sehr viele Sachen und das wollte ich ganz schnell gesagt haben, da werden wahrscheinlich auch noch extra Videos zu folgen. Jetzt gucken wir mal was heute reinkommt, ist auf jeden Fall gleich auch schon soweit, zwei Sekunden, eine Sekunde und dann mal schauen. Okay, also erstmal sehe ich hier die ganzen Weihnachtssachen immer noch da. Ich denke mal unten wird auch noch alles gleich geblieben sein. Oh, das neue Starterpaket ist am Start, also heute ist ja wirklich viel los. Starterpaket ist jetzt verfügbar, 4 Euro, das gucken wir uns kurz mal an. Also hier, Absenz der Skin mit diesen Augen hier ist schon heftig, hat noch einen zweiten Stil, dann gibt es noch das Rückenausfahre und eine Hacke. Und natürlich auch V-Bugs, sind ja glaube ich ja 600, wie viel Euro natürlich sehr sehr nice, werde ich mir auch später holen. Okay, sehr sehr krass und dann guck mal was oben am Start ist und okay, okay, alles gleich. Oh, der Scherpenfeldwebel zurück, schon selten und gezeichnete Bandpaket, nichts besonderes. Klingeling und Schlittentour, also weitere Weihnachtssachen. Fangen wir hier kurz noch mit den Modes an, das ist hier nochmal zurück, ganz nice, Klingeling. Und dann gibt es noch Schlittentour mit Vorbewegung. Sieht auch cool aus, wird wahrscheinlich auch schon sehr selten sein. Dann gibt es noch Oren daneben mit diesem Rückenausfahre, ist ganz okay, der Skin ist halt im Comic-Look. Und dann gibt es passend dazu auch die Hacke hier im Comic-Look. Okay, Hainer auch nochmal zurück, sehr sehr beliebt, den Kronen-Mode. Und wie gesagt, hat darunter gezeichnete Mann-Paket, muss noch nicht viel zu sagen, sehr sehr oft am Start. Auch heute nochmal hier die ganzen Sachen hier zurück, kann man auch eins entkaufen. Und bei den täglichen Sachen Scherpenfeldwebel, müsste echt schon sehr selten sein. Gucke ich gleich mal nach, aus Season 2, das geht nicht schon krass. Und der ist heute nochmal zurück, okay. Gesandte daneben, kein besonderes Skin ehrlich gesagt, ist halt auch sehr sehr oft am Start. Neopren, die Lackierung ist okay, war glaube ich auch gar nicht so oft am Start. Okay, ansonsten wackeln noch. Sehr sehr alt. Und ansteckend. So wie schwer, Schritte zurück. Ich gucke auch mal kurz, wie lange das Zeug her ist. Okay, da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Neopren konnte ich mir schon denken, dass es selten ist. Das ist 758 Tage her, aber passt mal auf, das ist nicht das seltenste, denn Scherpenfeldwebel, 938 Tage her. Bitte was? Ich glaube, das war einfach mal der seltenste Skin. Das ist krank. 938 Tage her, das ist wirklich heftig. Gesandte daneben einen Monat. Wackeln zwei Monate. Schwere Schritte 116 Tage und ansteckend einen Monat. Das Paket auch einen Monat. 345 Tage die Emotes, der Rest auch einen knappen Monat. Aber das ist wirklich krass. 938 Tage, ich hätte damit jetzt nicht gerechnet. Also heute, krass seltene Sachen am Start. Dazu noch ein neues Startup-Paket. Und es gibt jetzt sogar noch gratis Sachen durch diese Aufgaben und ein neues Update. Also, das ist wirklich heftig. Bis zum nächsten Mal.